Hallo, ich bin die Anita. Und ich bin der Marius. Wir stehen hier auf unserem wunderschönen Grundstück im Wienerwald, wo wir ein gemeinschaftliches Wohnprojekt machen, wo uns verschiedene Generationen sehr wichtig sind, aber auch Leute, die vom Leben nicht so für günstig sind wie wir. Genau, und deswegen wollen wir eine unserer Wohnungen für eine Flüchtlingsfamilie zur Verfügung stellen. Wohnraum bis zu 65 Quadratmeter inmitten der Hausgemeinschaft soll finanziert werden. 21.000 Euro werden dafür benötigt. Begegnen bedeutet für mich, aufeinander zuzugehen und gemeinsam voneinander zu lernen. R steht für Reden, wenn durch Reden käme die Leute zusammen. Offen sein bedeutet für mich, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, mit seinen Stärken und Schwächen. Teilen finde ich super. U steht für Unterstützung. Wir schaffen Wohnraum für Flüchtlinge. Wir brauchen deine Unterstützung.